Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetterspezial von herwetter.net. Sie haben es wahrscheinlich schon gestern Abend in den Nachrichten gehört über die britischen Inseln. Da ist ein kräftiges Orkantief hinweggefegt. Der Orkan Alexandra hat die Wellen teilweise 14 bis 15 Meter hoch aufgetürmt und mit dieser Wucht, da sind die Wellen gegen die Küsten Schottlands und Englands geknallt und haben dort für erheblichen Schaden gesorgt. Das Orkantief war ein sehr kräftiges. Wie konnte es dazu kommen? Normalerweise sprechen wir Meteorologen bei der Tiefdruckbildung im Fachjargon von einer Zyklogenese. Wenn aber diese Zyklogenese sehr schnell stattfindet, das heißt der Luftdruck fällt innerhalb dieses Tiefs um mindestens 24 Hektopascal binnen 24 Stunden ab, dann sprechen wir von einer sogenannten Bombogenese. Und diese Bombogenese, die hat gestern bei Alexandra stattgefunden und deswegen war auch Alexandra so heftig. Alexandra zieht in den nächsten Stunden weiter Richtung Norwegen mit seinem Zentrum und zieht das Windfeld dann auch nach Deutschland rein. Und wir erwarten morgen vor allen Dingen an der Nordsee schwere Sturmböen, vielleicht sogar orkanartige Böen. Auf dem Brocken im Harz, da erwarten wir aber wahrscheinlich auf jeden Fall Orkanböen bis zu 130 Stundenkilometer. Und mit dem Wind, da kommen viele Wolken und jede Menge Regen. Nur im Süden, da merkt man davon relativ wenig. Hier gibt es ein Gemisch aus Sonne, Wolken und etwas Nebel. Hier hält das Hochstephan dagegen. Seien Sie also morgen vorsichtig. Vor allen Dingen unterlassen Sie Spaziergänge in Waldgebieten, denn durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume kann es sehr gefährlich werden. Wie geht es am dritten Adventswochenende weiter? Der Samstag, der bringt wieder mildes Wetter, Temperaturen teilweise bis zu 8 Grad. Zunächst in den Mittelgebirgen noch etwas Schneeregen oder Schnee. Am Sonntag wird es dann schon wieder merklich kühler. 0 bis 5 Grad, also ideales Glühweinwetter auf den Weihnachtsmärkten. Dazu ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Und nur hier im Süden, da kann es am Vormittag noch etwas Regen oder Schneeregen bis ganz runter geben. Die neue Woche startet dann schon wieder sehr wechselhaft. Aus Norden, da ziehen neue Regenwolken auf und die Temperaturen, die steigen auf 2 bis 6 Grad. Aber aufgepasst, Mitte kommender Woche, da droht schon wieder der nächste Sturm. Mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.